hey leute und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder stürme und heute kommt das langersehnte info video zu pro clubs 22 und zwar suchen wir noch spieler für das feste team das feste team besteht bis jetzt so und zwar kev und janis im sturm lukas als offensives mittelfeld up als rm up kann auch sturm spielen ich dann als er frau natürlich und der rest also lm lv iv sie suchen wir noch alle dm natürlich auch falls du dazu bereit wärst in unserem festen team hier mitzuspielen ja dafür braucht ihr dann natürlich discord den discord link werde ich unten verlinken in der video beschreibung natürlich und dann braucht ihr natürlich noch telegramm für in unsere gruppe reinzukommen bei fc stürmisch ja es wird natürlich auch ein anderes team noch kommen also wo kein festes keine festen spieler drin sind wo ich dann halt mit abonnenten zocke ja würde sagen das war es eigentlich erstmal wie ihr euch bewerben könnt ist ihr schreibt einfach eure position wo ihr spielen wollt unten in die kommentare ich setze mich dann mit den festen spielern hier zusammen dann reden wir ob ihr dafür habe ich sage ob wir euch dann vertrauen können für unser team also ihr müsst schon discord haben das ist unbedingt weil wir wollen uns verständigen untereinander und das geht nur damit die telegramm ist nur für dass wir uns absprechen können wann wir spielen oder so wann wir live gehen ist ich glaube alle 14 tage oder so haben wir gesagt live auf fc stürmisch den verlinkt ich unten auch noch also ich habe ein extra kanal gemacht fc stürmisch findet ihr auch wenn jetzt oben in die leiste eingibt bei youtube ja also bewerbt euch die ich zeige euch noch mal was was noch an aufstellungsdings fällt ups ok ich muss erstmal hier discord weg machen und telegramm so ihr seht ihr lm fehlt o m fehlt die ane o m haben wir lukas ganz durcheinander dm fehlt man nicht iv iv und lv dafür suchen wir noch spieler die sollten auch wenn es geht im team bleiben ja mit diesem team spielen wir dann halt pro clubs natürlich ja mal gucken wie es dieses jahr ausgehen also für das neue fifa ausgehen wird in fifa 21 sind wir glaube ich oder ja glaube ich liga 4 oder liga 3 leider konnte ich nicht mitspielen die letzten spiele aber die anderen kollegen haben da ordentlich gezockt ja da würde ich sagen war es das mit diesem info video ich bin mal gespannt wer sich bewirbt ja dann sehen wir uns am samstag in einer woche zum ersten livestream eine woche darauf streame ich dann pro clubs mit euch mit euch abonnenten dafür müsst ihr euch nicht bewerben da gucken wir was frei ist natürlich da würde ich sagen hau da rein zockt schön fifa 22 kommt er heute raus aber was heißt raus also ea play könnt ihr zehn stunden spielen natürlich so meine ich das ja da würde ich sagen hau da rein bis zum nächsten mal und auf wiedersehen